Kaum wurde die Highschool-Jahre-Erweiterung für The Sims 4 offiziell veröffentlicht, wurde schon das nächste Pack für The Sims 4 vermutlich fälschlicherweise geteilt. Mehr dazu in dieser Short News. Die Kollegen von Sims Community haben vor ein paar Tagen eine interessante Entdeckung gemacht, die diesmal nicht auf einer externen Seite von EA, sondern direkt aus dem Spiel kommt. Wahrscheinlich unbeabsichtigt haben die Entwickler einer der nächsten Inhalte für The Sims 4 veröffentlicht, besser gesagt das KeyArt, welches sich immer auf dem Cover des entsprechenden Packs befindet. Im Hauptmenü konnte man diesen Werbehinweis zur neuen Erweiterung sehen, dessen Bild aber eindeutig nicht zur insgesamt zwölften Erweiterung für The Sims 4 gehört. Auf diesem kann man drei Kinder an einem Klettergerüst erkennen, die sehr schicke und moderne Klamotten anhaben. Weder gibt es diese aktuell im Spielen, noch wurden überhaupt mit dem Highschool-Jahre-Erweiterungspack Klamotten für jüngere Sims als die Jugendlichen hinzugefügt. Hier steckt relativ eindeutig ein bisher unveröffentlichtes Pack hinter der Grafik, auch über den Umfang kann man bereits etwas sagen. Der Stil der Grafik ist nämlich eindeutig derselbe wie bei den anderen gezeichneten Set-Pack-Covern, hier sehen wir also das Artwork eines der nächsten 5-Euro-Inhalten für The Sims 4. Da hier die Klamotten im Vordergrund stehen, können wir auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es sich hier um einen Inhalt für den Ersteller 1-Sim-Modus handelt. Ein Pack rein für Kinder hatten wir zuletzt mit dem Kinderzimmer-Accessoire-Pack, welches im Jahr 2016 veröffentlicht wurde. Moderne Klamotten für die kleineren finde ich persönlich eine gute Sache. Noch ist nichts bestätigt, allerdings sind die Hinweise sehr eindeutig, ein wenig später haben die Entwickler den Fehler bemerkt und das Bild gegen die korrekte Grafik ausgetauscht. Spätestens bis Ende September sollten wir dann eine weitere Pack-Ankündigung erhalten. Was denkt ihr zum nächsten Set? Freut ihr euch auf mehr Klamotten für Kinder? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann bis zum nächsten Video.